Ja, ja. Er hat auch langes, wallendes Haar. Oh. Gib mir seine Nummer. So, warte, warte mal. So, jetzt aber. Toll, ein Schluck Cola ohne Kohlensäure. Huch, wo ist Gronkh hin? Ja, Moment! Ach so, ich hab ja den Cam ausgemacht. Hallo. Ähm, wenn ich keine Hose an- Hose anhabe, natürlich. Dach, Tobi! Ey, geh weg! Bock auf ASMR? Treff ich deinen Mund? Nein, geh weg! Alter! Die Nase! Ähm. Entschuldigung. Was eigentlich mit den Dicken hier unten? Was machen die jetzt mit- Ähm. Die machen noch Batterien und so, ne? Ach cool. Die kann man auch angehen. Also, also, abernten. Lalalaaa. Gronkh, hilf dir! Dieser Mann hat uns mit Awkward Silence bestraft. Tobi, was hast du gemacht, während ich weg war? Warst du wieder unangenehm still? Nein. Ah! Ich habe Dinge versucht. Aber es hat nicht funktioniert. So, ähm. Ich habe Dinge versucht. Wollten wir wieder- Wollten wir wieder Dingensen machen? Ne, ich bin ruhig jetzt auf und fort, weißt du. Hä, wieso? Ne, ne, weißt du, komm. Hä, wieso denn? Ne, ne, lass kurz sein, komm. Jetzt sei doch nicht so beleidigt gleich wieder. Lernst du lieber mal, wie man richtig Kohler eigentlich ist. Könnt ihr vielleicht mal irgendwie schreiben, Tobi, du bist auch ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft? So. Tobi hat seine Zuschauer bevorzugt, Alter! Hä? Ja, ich kann doch keine- Das ist ganz widerlich. Ich kann keine zwei Chats auf einmal lesen, das geht gar nicht. Das ist ganz widerlich. Also jetzt komm mit den Ausreden bitte nicht hier, ja? Ich kann keine zwei Chats auf einmal lesen, das funktioniert leider nicht. Liebe Zuschauer auf Tobis Kanal, ich grüße euch ganz herzlich. Alter, du bist so widerlich, ne? Das ist unfassbar, das ist unfassbar. Was, was ist denn, Tobi? Was ist denn los? Also manchmal, äh, muss ich zweifeln. So, wo sind die Fackeln? Ich sortier nochmal neu hier. Äh... Alter. Was denn? Was denn? Chat gerade. Du bist auch ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Ja, sehr gut. Liebe Elflin, einmal wertvolles Mitglied bitte blacklisten. Danke. Tobi, du bist vielleicht auch ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft. Ist auch schön. Geh weg, Gronkh. Keiner hier will dich, sonst wären wir ja bei dir. Siehste? So, jetzt hast du den Krieg angezettelt. Toll, Erik. Was? Was? Hä? Wie? Hä? Jetzt lass mal ein bisschen Action hier machen. Komm, lass mal Missionen machen jetzt. Komm. Achso, ich dachte du willst jetzt Beef zwischen den Chats anzetteln. Oh nee, das hast du ja schon gemacht. Schwarz-Dinger. Hab ich gar nicht. Danke dir. Äh... Wo sind denn die... Da sind die Guten. So. Das müsste hoffentlich reichen. Jut. Also Action. Was wollen wir machen, Tobi? Wir wollen Ambitionen machen, ne? Also bei mir steht noch, scanne Gegenstände um Glitschenweise zu finden. Keine Ahnung was das... Achja. Mit sehr viel vulkanischer Aktivität. Mit sehr viel vulkanischer Aktivität. Bei feurigen Sternen. Okay. Na gut, dann testen wir das mal. So. Holt die Aluhüte raus, Schrödingers Chat will einmarschieren. So. Also ein feuriger Planet, ja? Nein, Alter, ich wollte... Das will ich doch gar nicht. Ein Ozeanplanet. Gentle Star. Tempered Star. War mir nicht schon auf dem Planeten, dann bist du verbrannt? Weißt du noch? Das war voll lustig. Tobi? Ja, das war lustig. Es war lustig. War das da, wo ich in die Lava gesprungen bin? Ja, wir haben beide herzlich gelacht so. Oh, kann man da schwimmen? Bluff. Ja, wenn wir uns vorher noch so ein Upgrade für dieses Ding gemacht haben, da dachte ich, das funktioniert. Ja, voll sinnlos eigentlich. Hab ich auch nicht verstanden. Warum kann man da nicht in Lava schwimmen? Hm. Verarschst du mich gerade? Nein, ernsthaft. Wir haben uns das jetzt Upgrade ja gemacht. Deswegen... Hm. Hab ich mir mehr davon versprochen, Tobi. Hab ich mir mehr davon versprochen. So. Wo haben wir denn jetzt hier? Was ist das hier? Das sieht doch gut aus. Du 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 du. Oh, die Elfeln bemühen dich auch. Was? Ey, Gronk, du langweilige Pfeife. Wenn du guten Starbound-Content zeigen willst, mach Stream aus und hoste Tobi. Pfff. Ey, die sagt's mal jemand. Soll es Politiker werden. Weißt du, Tobi, deinen Zuschauer. Hab ich alle lieb. So. Der Typ, ne? So. Oh, das sieht gut aus hier. Tobi geht beim C auch in Öl schwimmen. Ja, ich wusste, ich war neu. Ich wusste das nicht. Ach. Ach. Als ob dir das nicht auch passiert ist. Komm. Na, Hauptsache mal über mich lustig machen, wa? Als ob die... Oh, das sieht immer schön aus hier. Was ist das? Ich weiß es nicht. Asche glaub ich, oder? Oh cool. Oh geil. Oh geil. Ähm. Ob man... Kann man eigentlich durch Lava, äh... Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Was denn? Was, was denn? Was ist denn los, Tobi? Warum denn so aggressiv? Du bist aggressiv heute, nicht ich. Was? Ich bin, ich bin tiefenentspannt. Tobi, einfach mal ein bisschen Abgas schnüffeln, dann klappt das auch wieder. Hä, warum bist du mit schneller mit deinem Ding da als ich? Das ist jetzt von schießen. Weil du dir wahrscheinlich immer als ich gestorben bist meine ganzen Dinger genommen hast, ne? Bitte was? Hä? So ein Blödsinn. Wie er so eine Timmy-Geschichten auspackt, weißt du? Was hast du denn da? Asche? Ich glaube ja. Tschüss. Mach's gut. Die Lava kommt gleich, ne? Ja. Tschüss. Komm ich, komm ich bei dir da drüben hin? Kann ich da? Ja, komm ruhig. Nee, lieber nicht, lieber nicht. Lieber nicht. Ohohohohohohoho. Was? Tobi. Bist du mir scheuert, Tobi? Oh, das läuft komplett voll, ne? Ja, man! Oh. Hau da ab! Tobi, hau da ab! Ja, ja, alles gut. Ich komme. Jetzt mach ich hinten nicht den Gang zu. Tobi, hau ab da. Hau ab da! Was machst du denn, Tobi? Oh mein Gott, oh mein Gott, du hast mehr elfe! Ja, ja, ja. Komm raus, komm raus, komm raus. Jetzt abhauen. Hau ab! Du bist so doof, Alter. Du bist so doof. Ich dachte mir noch so, ah cool, so ein bisschen Lava wäre doch lustig. Ja, scheiße. Das ist ja voll der See, Mann. Oh, Mann. Alter, voll Brain-Afka einfach. Aber wir sollten hier irgendwas scannen? Ich verstehe es nicht ganz so. Ja, was will man denn hier scannen? Hier ist nix. Ich glaube, in die andere Richtung. Da ist auch nur Lava. Ja? Ja. Ach, nö. Deswegen wundert es mich n bisschen. Ich verstehe auch nicht, dass man... Was war das denn? Das ist hier von Ariel, die Meerjungfrau. So, Mr. Krabs. Die Krabbe aufgrund. Von Ariel, die Meerjungfrau. Nee, wie heißt denn die Krabbe? Sebastian, Mann. So, Sebastian. Undo, das ist ja... Ähm, tjaaa... Gut, wir könnten, äh, probieren, mit unserer Methode, so wie wir immer über die Planeten splashen, darüber zu... Das wird doch mal ein geiles Challenge, oder? Nee, mein' ich. Also, vor allem Challenge... Weiß nicht, wenn du dann stirbst, sind alle Sachen weg, ne, weißt du? Ich sag's nur. Ist ja nicht schlimm, oder? Das hier ist so ein Gas-Ding. Okay, ich guck jetzt mal da. Mal gucken. Nein, nicht Maximilian, sondern Sebastian. Maximi, Maxima, Maxi, Maxis, da. Ich weiß nicht, warum mich das aggressiv macht, aber irgendwie... Das macht dich wirklich aggressiv? Nee, nee, ja, weiß ich nicht. Warum macht dich das so aggressiv? Das ist doch einfach Max Herre. Wer ist denn Max Herre? Ja, vom Freundeskreis, Mann. Aus dem Schoß der Kolchose. What the fuck? Wer? Alter, Tobi, was? Mit dir rede ich gar nicht mehr. Wieso kennst du Freundeskreis nicht? Kenn ich denn? Keine Ahnung, was ist denn das? Alter, immer wenn es regnet, muss ich an sie denken. A, N, N, A. Unter and... es war das bekannteste zumindest. Nee, keine Ahnung, kenn ich nicht. Tja, dann... Ich guck keine deutschen Horrorserien. Nee, aber ich hör keine deutsche Musik vielleicht deshalb. Ja, das... das kann... das kann sein. Aber das würde sich tun. Also kann ich nur empfehlen. Energiesperre, geil. Geilen Tisch! Hier, ich seh gerade... Bann Tobi! Tobi ist zu jung! Nee, wie gesagt, ich mag einfach keine deutsche Musik vielleicht deshalb. Das... ja, das kann sein. So, schon ein bisschen rassistisch, die Ansicht, aber klar. So, geben das Seine, ne Tobi, geben das Seine. Ganz kurz, was ist das da unten? Siehst du das? Wir werden's herausfinden. Ähm. Oh. Oh, ich dachte schon, da kann man nicht hin, aber... Boah, krass! Ähm, okay. Cool. Ähm. Was machst du denn? Wow, das waren Explosionen, die haben richtig viel gebracht. Hast du was gefunden? Oh, da hat man die wahrscheinlich deaktivieren können. Oh, geil. Äh, ja, so ein Zwei-Meter-Manipulator-Dinger. Kannst du einen haben, wenn du willst. Ah, okay. Nö, alles gut. Braucht er nicht, sagt er. Braucht er nicht, sagt er. Braucht er nicht, sagt er. Was ist das da oben denn? Vorsicht! Äh, ich hab... Server-Lexe. Keine Ahnung. Echt, wer haustet die Scheiße denn? Twitch. Oh, hier ist ein Kollox-Celestial-Stop. Ich nehm mal mit. Ist einmal ne Waffe. Oh, ich muss, ich muss. Tobi, heal dich. Heal dich. Oh. Großartig. Oh, guck mal. Hier sind irgendwelche... Oh, das ist feindlich da oben. Vorsicht. Ja? Ja. Hallo! Nee! Er ist doch gar nicht feindlich. Echt nicht? Hm. Aber weil er ne Lebensanzeige hat. Nee, ist nicht feindlich! Nee, nee, sagt er. Was ist denn da los? Wir waren voll lieb gerade erst. Und dann sagt er noch, Welcome to the Madhouse, weißt du? Sooo! Tobi, heal dich! Ja. Ja, 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 ja. Hup! Warst du das? Nein. Leben am Limit, Tobi! Leben am Limit! Boah, Alter, wie geil! Ähm. Hup! Oh, dieses Katzen- Dieses Katzen- Dieses Katzengeräusch! Boah, traurig! Ach, Erik, ist das dein Ernst? Was ist los, Tobi? Was ist... Das ist ja nicht, ne? Was? Was? Wieso das denn? Nee, komm, weißt du? Ja, guck mal, wie ey, wie der rumschwurbelt, damit er auch jede Kiste kriegt, wa? Hä? Weißt du, du hast nur Augen für die Kiste die ganze Zeit, komm! Das stimmt überhaupt nicht! Für deine Kiste, Tobi! Was habe ich getan, Alter? Was habe ich getan? Er hat auch ne Lebensanzeige. Der wäre böse geworden, Tobi. Sag bitte, dass der böse geworden wäre. Der wäre richtig, richtig friendly gewesen. Boah, das ist zu fast. So. Na. Boah, da kann man auch gar nichts machen. Okay. Drei Mollys. Oh! Oh! Das gefällt mir sehr gut. Find ich auch super, ich freu mich für dich. Warte. Jetzt brauch ich noch ne richtige Hose. Ich bleibst du. Wenn ich jetzt noch ne richtige Hose hätte. Tobi, bist du noch in der Nähe? Äh, nur geradeaus weitergelaufen, ein Stück. Moin. Dach! Alter. Ist das hier ein offizieller Anlass? Ja. Ein Auslass, besser gesagt. Jetzt. Okay, wenn du da eh schon guckst, dann nehme ich das nächste einfach. Oh, hier ist aber auch nichts groß gewesen. Du brauchst auch gar nicht weiter gehen, hier hinten kommt auch nichts. Was ist da? Nichts. Hä, wie bist du hier durchgekommen, hier ist noch dieses komische... Okay. Tobi? Ja? Hast du mich gerade eingebunkert? Nein. Tobi, warum? Was denn? Warum schickst du ja Gift runter? Ich war da, das war an die Kisten, da kann ich nichts mitnehmen. Mmmh, da war die Kisten. Hä, Erik, was ist denn? Du kotzt mich an, deswegen ist mir so schlecht gerade. Plötzlich ist nicht mehr lustig, ne? Wie, was ist denn nicht lustig? Eben noch lachen als du von Tobi da die Dinger kaputt machst, ne? Hä, wie von Tobi die Dinger kaputt machen? Ja. Habe ich denn die Dinger kaputt gemacht, oder was? Ja, Sidi. Oh. Das war auch meine Schuld jetzt, ne? Ja. Boah, sogar Unschwein. Hey, du bist fast tot, Erik, ne? Pass auf. Oh, ich habe meine... Hä, habe ich die Dinger weggeschmissen? Warte mal, habe ich meine... Wo sind meine Bandagen? Na Nüchen? Warte mal, war da eine Hose drin? Kannst du mal ganz kurz gucken, ob deine Hose drin war? Ich habe eine Verbesserung gefunden. Diese Module können eine Reihe Vorteile bringen. Du kannst mit rechts in den Anführungen... Cool, ich habe eine Verbesserung gefunden. Ne, eine Hose war da nicht drin. Okay. Oder? Tolle Schwerkraftverbesserung. Als ob wir das nicht schon haben. So. Aha. Ach so, weil die... Ne, die müssen wir nicht scannen, ne? Hä, wieso sind die überhaupt auf dem Planeten? Doch, doch. Glitch, Glitch hinweise. Ja, ja, doch, doch. Aber Glitch sind doch die Roboter. Das die sind doch nicht die Glitch, oder? Doch, doch sind die. Blaue Sachen. Kannst du scannen. Aber, ne, wir müssen doch grüne Sachen scannen. Hm, ich habe gerade was gescannt, da ging der Balken oben weiter. Also, es scheint wohl richtig zu sein. Ja, ich dachte, Glitch wären die Roboter. Äh. Mah. Kann doch nicht sein, oder? Ich weiß. Warte mal, ich teste das gerade noch mal ganz kurz. Ja. Ich meine aber, dass da gerade der Balken weitergegangen ist. Aber die haben wir ja auch, äh, die haben wir ja schon gescannt eigentlich. Eherik, du hast schon recht. Hä?! Und das im Chat zu lesen, das irritiert mich jetzt. Das ist ein Fehler. Hat's verschrieben, glaube ich. Nee, irgendwie ging der Balken jetzt doch nicht weiter da oben, keine Ahnung. Also man kann hier schon, man kann hier schon Sachen scannen, aber... Oh. Braust du Hilfe? Außer, das der Server ein bisschen ries geht. Geblockt. Ey, was mit ihm denn los? Tut, tut. Na ja ich geh aber auch nicht hier unten los. Die hab nicht da rum zu suchen. So.. Das sind Floransachen du dummer Batz. Jetzt werd man nicht gleich auffällig hier. Boah, wie arg hoch. Was war Ihnen denn los? Widerlich. Lebt am Rande in der Gesellschaft, weißt du? Und dann aufmucken. Wenn der distinguierte Tobi spielt. Ich hasse dich. Ich krieg's aber grad nicht hin. Oh, blöd. Tag Dobi. Hi. Vorsicht, Kleve. Kleve? Darf man da nicht rein? Ist der Eingang zur Kleve. Sieht aus, als ob wir gleich gegen Diablo kämpfen oder so. Oh, Schadensverbesserung 3. Dankeschön, liebe dunkle Truhe. So. Du-du-du-du-du-du. So. Erstmal schön alles Schänden hier. Äh, ist das denn, Roboter? Jo. Aber die machen nix. Achso. Also gut, die machen Schaden. Aber sonst nicht viel. So, du fragst dich nicht zu healen ne? Ja, bin dabei gerade. Boah, es wird dunkel hier gerade. Ja. Oh cool. Hä? Was denn, was denn? Ne, nichts, nichts. Ne, ne, ganz. Hast du mich, weil ich auch mal ne Kiste abgefahren habe? Ja, ist ekelhaft. Zu gelaufen. Verdien, ey. Huch. Ich dich hasse mit deiner blöden Kackdings da oben. Ja, das geht aber auch nicht immer. Das ist blöd, ne? Das ist blöd. Äh, was? Ih, was hast du denn? Was war, Ih, was war das? Ich weiß es nicht. Das kam doch da runter gesegelt. Ja, das ist kein, das war irgendwie ein Zombie-Kopf-Mensch, irgendwie sowas. Keine Ahnung, hier oben ist glaube ich noch so einer. Lebt er noch? Weiß ich nicht. Ja, also, ich warte auf dich. Wieso komme ich hier nicht hoch? Wieso komme ich hier nicht hoch? Warte, warte, warte. Ich weiß es nicht, ich weiß. Ich brauche nur noch ein Stündchen. Tölpel-Nator, jetzt geht es aber los hier, oder? Was? Tölpel-Nator, jetzt geht es aber los hier. Hier gerade aus das runde Ding auf dem Boden da vorne, lauf da mal hin. Das hier? Ja. Okay, doch nicht. Babylarve? Babylarve, iiih! Warum? Okay, warte, warte. Hier kommt doch bestimmt was. Irgendwo kommt doch, wenn nix rauskommt, mach, warte das hier. Babylarve, iiih, warum darf ich die alle mitnehmen? Ich habe auch ein paar. Ah, wenn ich E drücke? Ah, Hive-Chest, was ist das denn? Larvenkissen, iiiih! Äh. Alter, ich hab schon... Iiiih! Uieieieiei! Iiiih! Boom, boom! Das ist nur dezent ekelhaft. Ich nehm die alle mit. Ob man die aussetzen kann? Irgendwie cool. Ah, iiiih, iiiih! Deh, 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 dee. Wah, waw. Wow. War das scary einfach. Ist das ein Waus? Ich glaube ja. Wollen, wo bin jemand? Schon dabei Was macht man mit den larven dann Weiß es nicht Hilfe von mir nicht Okay, sorry Ich will auch mal. Es muss einfach sein Vorsicht, Vorsicht Ich würde die echt gerne anpflanzen Was macht man damit? Entlarven Oder larven, ne? Lachen Ja, ja, das wird immer besser Moin Ich hab Hunger Klopft dir doch was rein, Junge Wo ist mein Brot? Ich hab mein Brot nicht mitgenommen Aber warum hast du es dann gekauft? Verdammt Hast du was zu essen? Äh, ja, 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 ja Kommt ein bisschen weiter nach vorne Warte, ich mach mal ganz kurz eben Äh Oh, ich muss ja auch trinken mal so Warte Äh Das war ein zu viel So, warte Äh Pass auf hier Zack Schokolade Schokolade Oh, geil Ich hab alles oben in den Kühlschrank gepackt, weißt du Oh, guck mal Guck mal, hier sind diese komischen, diese Techno-Früchte Das heißt, vielleicht sind die auch Roboter in der Nähe Cool Jetzt hast du Hunger, kann das sein? Oh, stimmt Gut, dass ich darauf geachtet habe Ey, du blöder Kackroboter, ist das dann scheißernst? Boah, ich hab ja so ein bisschen Lags, man Ich mach Lags Ja, hab ich auch So, dass ich nicht richtig ausweichen kann Tschüss Bei dem Wasserangstücken ist cool Die fiepen mal so schön Die Maden kann man essen Was? Warum? Nee, 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 die sind nicht unter Nahrung Boah, das ist der schönste Planet der Welt Tobi, was los? Nichts Heila Ich bin fast tot Kiel dich, Kiel dich, Kiel dich Ah Was? Du delibrierst keine Symbiose? Ach, der nöden schon wieder Oh Gott, das versteht doch keiner Was? Du delibrierst Tobi Tobi Aua, Aua Geil Voll geil, voll geil Hä, Hilfe Was denn? Du bist vergiftet. Warum bin ich? Alles ist vergiftet. Ein schöner Tag, Codex. So. Guck mal, hier sind sogar Scheißhäuser draußen. Das gefällt mir gut. Kacke!